Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Ja, genau. Ratte ist oben. Gut, dass ich da gewordet habe, der wäre sonst tot gewesen. Aber vielleicht ist er das auch so. So, Smite benutze ich jetzt nicht. Will ich für Krabby-Krabby haben. Na, schade, hat nichts drauf bekommen. Wo ist er denn, der Typ? Wenn Darius mal gegen sich selber spielen darf. Geil, ne? Jetzt gucken. Achso, okay. Okay, hat er toll gemacht. Aber jetzt muss er aufpassen. Nicht, dass die Ratte ihn... Oh, ich glaube, ich habe zu... Bisschen, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, Twitch ist bot. Heißt, ich kann mal in den Wald gucken. Überlass einfach alles mir. Ja. Genau. Sie lieben, dass mich von hinten zwischendurch lacht. Nee, der altet mich, ne? Nee, war mir zu heiß. Also wenn er mich jetzt in den Tiddy Whelm zieht, hätte ich jetzt irgendwie keinen Bock gehabt. Da will ich nicht beim Darius feeden. Nee, das will ich nicht. Was gucken, dass ich jetzt zum Drake komme? Also erst nochmal hier hin, damit die Seite frei ist. Skidoo. Nee, das müsste ich eigentlich sofort runter, weil ich habe meinen Ultimate noch. Und wenn das nicht auf cooldown ist, ist komisch. Ja, es ist zwar doof, dass das Pink jetzt hier steht, aber... Ah, was mache ich denn da? Ja, ich hatte einfach Muffe, dass er jetzt irgendwie wegflasht oder irgendwas anderes macht. Deswegen... Ja. 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 Ja, ich kann er ihn ja piken. Okay. Leute, Yumi, die hätte den Typen fast getötet. Meine Liebe trifft ins Mar. Warum wurden die eigentlich in der Edo, was ist das? Die Nacht ist nicht schleier. Die Nacht ist nicht schleier. Die Nacht ist nicht schleier. Warum lässt sie ihn nicht kommen? Warum lassen sie die Leute nicht rankommen? Warum drücken sie das so? Sie hätten einfach zurückgehen brauchen. Sie hätten einfach die ein bisschen gekitet und dann wäre gut gewesen. Oh, ich muss einkaufen, ne? Und dann wäre es nicht schleier. Ich will sie nicht mehr ausgehen. Je glücklicher sie sind, desto mehr leiden sie. Okay. Oh, das war knapp. Oh, danke. Aber ist nicht schlimm. Einfach nur, dass sie mir ein Schild gedrückt hat, das war schon... Ich will jetzt nur... Kann ich ihm geben, der ist jetzt fett genug. Ja, fetter. Fettig, fett. Ja, wenn die Leute dick sind, ist alles gut. Kommt nicht mehr da hin. Ja. 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 So ein Kerl hat mir mal gesagt, hey, zieh dir was an. Da bin ich einfach in seinem Haus geschnitten. Komm schon, pass mich an. Ja. 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 Ja, ich sage mich im Tanzen. Das war's für heute. Ups. Was er nicht weiß, macht ihn noch nicht heiß. Folge einfach dem Weg, wenn du mich finden willst. Okay, macht er alleine, super. Ich hole mir das Scheißding jetzt. Das hole ich mir jetzt. Also ich daneben gebumst hab, ne? Okay. Im Dunkeln sehen alle Gleit raus. Ein Stückchen hinten vor der Hölle. Oh Scheiße, jetzt sterb ich. Okay. Ok. Spannung. Alles weg. Ja, kriegt der Darius von mir, hat er gut gemacht.